das ist so er steht in mir den dann öffnen wir hier das Fenster dann macht's bäm bäm äh ja springen wir immer hin und her dann können wir hier durch oh da fährt noch mal eine Flamme wir können hier runter so ich muss einen Weg finden, um sie alle rauszunehmen ja leider Gottes weiß ich was ich jetzt schon tun muss es tut mir so leid ich hätte euch ja gerne das Verplante von Beginn an gezeigt, aber ja ich wüsste warum es nicht aber man muss auch sagen ähm es ist jetzt hier auch ziemlich verplant teilweise das gehört irgendwie so bei mir dazu also wenn wir es nicht mal wenn ich mal etwas nicht nicht verplant bringe dann ist irgendwas komisch mit mir so das ist schlecht noch mal Glück gehabt also gestern zum Beispiel habe ich die Beine auf dem Boot mit einem Schuss eliminiert war ich auch stolz dafür bin ich dann hier immer gestorben komm geh hoch ja genau aus dem Kontinent wo schießt äh da noch ich glaube diesmal werden wir wieder sterben die Ecke war so ein Punkt wo ich relativ oft gestorben bin ich weiß nicht warum vielleicht weil ich da immer irgendeinen übersehen habe der mich erschossen hat und weil ich vielleicht so ein super super Schütze bin wie man das sieht die sind so schlau immer so jetzt wird es lustig nein 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 ja tot jetzt war ja wieder leicht das ganze leicht laut zu reden und gleichzeitig hier auch noch zu zielen weil ich mit meiner Loxig nicht so super ziehen kann wie ich gerne möchte so jetzt aber bam 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 nein jetzt werden wir wahrscheinlich noch meinen Schuss abbekommen nein jetzt hat komm hoch okay gut jetzt hat schön lange warten bis er genau vor uns ist 2,5 nein in den letzten 10 2,5 die Welt wird veränderst mein Vater ist weg mein Vater lebt du das wirst du du bist stark wie Xiaojun Ich wusste nicht, dass ich die Dinge gemacht habe. Xiaojun hat mir geholfen, was ich zu können. Was kann ich erreichen. Ich weiß, dass ich nicht sie bin. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr selbst sein kann. Anastasia Nikolajvnia braucht... ...eine Gelegenheit. Sie kann nicht ein Teil dieser neuen Welt. Anastasia muss verschwinden. 10 mit dem Sprinter sind wir nicht. Läufer sind wir auch nicht. Wir sind hier, weil wir 12,5 haben. Juhu! Aber Gewehrschalter im Verkrieg mal besser. Ich muss mich anstehen. Eine andere Scherbe haben wir nicht gefunden. Habe ich das letzte Mal nicht gefunden? Diesmal auch nicht. Keine Ahnung, wo die dann ist. Aber egal. Moskau. Nikolaj! Ich habe mich gefragt, was passiert. Es ist unglaublich, dass du es so weit hast. Ich sehe die Frau. Wo ist die Karte? Hier. Du bist Sergei? Kannst du mich zu retten? Ich kann, Kind. Aber unser Mentor könnte. Ich werde dich zu ihm. Wir gehen. Du musst nach dem Büro gehen, Nikolaj. Du musst nachdenken alles, was du gesehen hast. Was? Sergei. Ich habe die Kinder meine Worte. Sie ist sicher, Nikolaj. Sie ist mit uns. Sie sind mit dem Büro gehen. Sie sind mit uns. Sie sind mit uns. Sie sind mit uns. So, was will they do? Try to extract those memories, I suppose. She'll never survive this procedure. Then Godreden, about time she jams her kin in the grave. No, they can't do that to her. She didn't ask for this to happen. It's my fault. I have to stop this. In sicheren Händen, September 1918, Moskau. Anastasia befindet sich jetzt beim Orton in Sicherheit und Olaf kann für die Dokumente zahlen, die er benötigt, um Russland mit seiner Familie zu verlassen. Zumindest scheint es so. Upgrades erhöht die Gesundheit aus 1100. Größe Helixbecken 4700. Bestätigte aus Zielen, um mehr über die Operation an Anastasia zurückzufahren. Wann ist die Mädchen? Welche Facilite? Geh! Die Kremlin. Nähe zur Tsarskaya Tower und der Tramp Station. Tsarskaya Händel. Ich weiß dieses Ort. Ich weiß dieses Ort. Jetzt sind die Assassinen selbst und unsere Freunde, wo wir einer sind. Ähm, ja genau. Dieses seltsame Gebilde an Assassinen, das Symbol dahinten, hat wieder eine Zahl dran. 2103. Ähm, wie in allen vorherigen Teilen haben die so Symbole mit den Zahlen dran. Wenn jemand von euch weiß, was es damit auf sich hat, bitte unten in die Kommentare schreiben, weil ich weiß, es ist jetzt noch nicht. Das ist nicht so, dass die Antibolshevisten die Kraft haben. Sie haben das gehört, aber sie haben eigentlich nicht gehört, ob es nichts zu verlieren. So, gehen wir nicht lang. Wien! Gibt's da noch was? Nö, nein, gibt's nichts. Tschüss, meine Freunde. Wir müssen den dort bestehlen. Dürfen. Aber auch keinen töten, das ist. Okay, werden wir machen. Wir warten ab, bis der mit dran ist. Dum 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 dum. Oh, ich liebe diese elektrische Zeigende. Ich liebe sie einfach. Der ist ein geniales Ding. So, wieder ein zweiter. Hey, die reden über uns. Ja, mach mal. Tschüss. Puh, hinten gibt's da noch einen Punkt. Danke. Interessant. Der ist ja schon. Wunderschöne. Das war's. Wie geht's doch, wenn du bist? Wir hoffen. Wir haben dich ja noch mehrmals verlangen. Aber ich hoffe, es wird nicht leichter. Wie geht's dir? Das war's. Jetzt ist es 7. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020